Felix lebt in Bochum, studiert aber bald in Jena. Yvonne ist alleinerziehend und berufstätig. Sie muss tausend Sachen gleichzeitig erledigen. Wann soll sie ihre Mietangelegenheiten klären? Für Sie alle bietet Jena Wohnen jetzt die Möglichkeit, Mietangelegenheiten unkompliziert in einer Online-Beratung klären zu können. Das geht ganz einfach. Über das Buchungsportal können Sie in wenigen Schritten einen Online-Termin buchen. So kann sich Felix von Bochum aus registrieren, die Identitätsprüfung abwickeln, eine Wohnung suchen und einen Besichtigungstermin vereinbaren. Yvonne kann sich in ihrer Mittagspause über aktuelle Wohnungsangebote beraten lassen. Die Online-Beratung erfolgt per Videochat mit den Jena Wohnen Kundenbetreuern und soll den persönlichen Kontakt nicht komplett ersetzen. Vielmehr geht es um ein zusätzliches Angebot für alle Mieter und Interessenten, die nicht persönlich ins Kundencenter kommen können. Natürlich bleiben alle bisherigen Kontaktmöglichkeiten weiter erhalten. So macht Jena Wohnen das Leben für Felix und Yvonne ein Stück leichter. Und wann dürfen wir Sie zur Online-Beratung begrüßen?